willkommen bei einem kleinen mini projekt namens banyo spielt irgendwelche trash games ich habe mir vor längerer zeit mal auf einer website ich weiß gar nicht mehr wie darauf gekommen bin so ein bundle geholt bundle for racial justice and equality 2020 und da war es war glaube ich für fünf euro oder so 300 games oder i don't know für spiele waren da drin und ich würde einfach mal sagen ich gucke mich da so ein bisschen durch und guckte an was ja so viel trash games finde for the honor ah ja das ist das für das ist kein game das ist doch kein game metamorpho b bitte was was zur hölle ist so komische sachen dabei cns heißt dieses game einfach ha ha aber das könnte ich fahre sein er sieht irgendwie hart aus das merken wir es auf einmal und ich habe noch so ein anderes game gefunden wo man jetzt irgendeinem jet rumfliegt und sachen abschließt das ist das was ich auch mal auf der liste was denn sei stop the mechanics save the forest aha okay 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 dann nehmen wir das auch mal sieht recht wild aus speed dating for ghosts bitte was was das nehmen wir was auch immer das ist holy die flora ist jelly what if everything you touched was made out of jelly okay interessant ein platformer nehmen wir nehmen wir trawl trawl the sea to discover what secrets are hidden in the depths aha 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 okay 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 interessant interessant okay behalten wir das mal mendel chill sandbox for growing weird plants from alien genetics was ist das denn für ein trip game clam man 50% man 50% clam 100% sort of funny was zur hölle was ist das denn für eine scheiße gut whale fight your way to a whales digestive system bitte was was das 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 nehmen wir aber was zur hölle hä cook surf delicious 2 der heist hellingen most intense restaurant simulation ever made us pack die holen wir uns auch so damit haben wir ich glaube ein paar games hier so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht games haben wir ja dann würde ich sagen schauen wir mal in die games rein ok da würde ich sagen starten wir mal mit dem ersten games sky rogue oh nein ok äh deutsch hat das game sound oder sieht einfach meine kopfhörter aus oh mein gott meine kopfhörter sind aus ei 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 okay okay es ist viel zu laut ist viel zu laut ist viel zu laut optionen ok wir gehen rein einzelspieler spielen ich bin hyped ok los let's go oh ich fall oh ich fall ich fall wenn ich zu ok oh nein ich hab das ganze fenster verschoben ja 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 rein da bam eh ah ah ok 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 ach du scheiße kommando muss ich das kaputt machen oder fahrrad oh ok 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 nee 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 What the fuck Yo, was hab ich auf einmal für ne Waffe Stopp Oh no Okay, umdrehen Die Musik geht voll ab Oh ja Oh ja Oh nein So nämlich Ey, ich bin einfach gleich tot Nein, äh Mayday, Mayday Okay, weiter geht's mit Mit 10S, aber warum Ah, hallo Groß machen vielleicht Ich hab keinen Mauszeiger Space, Surfball Flunk Oh, ich kann aufladen Bam Oh, scheiße Ey Mache ich jetzt gerade irgendwie eigentlich Practice? Wie komme ich hier wieder raus? Warum muss ich das da unten? Ah, ich muss den Balken da unten voll machen Oh ja Oh ja, jetzt pass auf Nein Nein Ey Oh, der war noch Jetzt hitze den Du Blöder Ich raste aus Ich krieg das Tutorial nicht hin Nein Du, Gott, scheiß Den Ey, Mann Geh jetzt bitte in ihn Bitte den Ding Mach Aber die machen Schaden, die Dinger Ich dachte, ich kann da chillen Ich kann mich nicht mehr bewegen Dead Dead So schwer wird es doch nicht sein, dass ich einmal das auffülle Du Arsch Digga Du hässiges Viech Was bin ich überhaupt Schlack dir noch nach rechts jetzt Rauskitter Soll ich, vielleicht sollte ich mit K und L spielen Tricks Game So, weiter geht's mit Sai Oder S-A-I Mousebutton oder A Story Mode Wir gehen rein Ein totes Reh Hä Hä Bin ich das Bin ich der Mann aus Stein Bin ich der Mann aus Stein Oh mein Gott Oh Ah, Frau aus Stein Okay, okay Da bin ich Da hinten muss ich bestimmt hin Yo Oh Gott Kann ich sprinten? Ja, kann ich Okay Let's go Hey, wie schön Dass es sich anhört und aussieht Ich frage jetzt, wo ist ich hin? Oh Ich glaube, ich weiß, wohin Oh X Okay Let's go Hä, ist ja wie Ich kann die einfach perfekt timen Und kann dann öfter schießen Cool Und es ist gar nicht laut, das Game Kappa Jetzt bin ich auf einmal schnell Was ist das für eine Blattmagie, die ich habe in meinem Fall Da oben leuchtet es auch Ich glaube, hier soll es doch gar nicht leuchten Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind so Andere Welten, wo ich noch nicht hin kann Äh Ich habe das Gefühl, hier sollte ich auch nicht hin Hallo Nein Nein Low Checkpoint Menu Story Mode Ich kann es nicht skippen Oh Nein So, wo muss ich hin, ist die Frage Hier oben war ja irgendwie falsch Hä, aber jetzt auf einmal leuchtet es hier Ah, ich muss einfach X drücken Das hat mir nur keiner gesagt Und dann Boah, Alter Speedrun Der Elch Der Hirsch Forest Spirit Halt, Druid Hä, wo ist mein Mauszeiger? Ja, ich habe keinen Hä Ja, komm Lass mich hier Ja, Lost und Pain Ja, ich habe sehr viel Pain Ok, Sammelstück einfach gefunden Ok Hä Ok Au Arschloch Das ist, Alter Das ist auch viel zu laut Aua X There are more enemies to defeat Ok, verstehe Was ist das? Cool, danke Pro Alter Das ist laut Ah, mein Gott Wie schön Neue Loa Ok Aha Aha Ein bisschen scharf Ok So Hier ist was los Oh ja Ja Ja, weiter Weiter Ich möchte Ich möchte Ich möchte Bogen Ich möchte Knallen Ach, Digga Danke Hilfe Aua Aua Ach, komm schon, Mann Danke Ok 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 Ich bin einfach Pro in dem Game Aua Ok Was ist das? Das war's Das war's Neue Loa Wo ist die neue Loa Da war's Voll die Lüge Ich bin einfach erschrocken Yo Wait, what Ist auch gar nicht laut Was hell Mache ich da überhaupt Schaden? Ich glaube nicht Wie mache ich denn Schaden? Ich mache keinen Schaden, hallo Ich habe das Gefühl, ich mache keinen Schaden Ich will es dir das Spiel nicht Ich verstehe gar nichts mehr Ähm Man sollte den gar nicht besiegen? Oh mein fucking Gott Okay Oh ja Groovy Yeah Oh Ah Okay, was ist das für eine Wieso sind die Audio Settings Wieso stellt man die so ein? The fuck Graveyard Start Game Oh Hallo Ja Sweet dating Hallo friend Okay Okay Nice to meet you You're a nice one All kind of ghosts Nice ones Sad ones Spooky customers Uh huh Lonely I like being alone I've never met a ghost who Didn't need someone Someone to talk to I'm doing fine Thanks You don't even want to make a friend? No Eternity can be a scary time Trust me No thanks You came all the way out here Just to change your mind Have a nice night You leave the speed dating for ghost event One from the early seasons Blah 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 Ja, was ist das jetzt hier? Hä? Ich bin alleine jetzt Also ich hab jetzt das Bad Ending oder was? Was ist hier los? Oh mein Gott Ich hab dieses Bad Ending einfach erwischt Okay Komm Rein da Ja, change your mind Ja, ja Die Fresse Okay, okay Speed dating Ja, komm Ja Ich bin ready für speed dating Blah 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 I can't wait Hop Hop jetzt Ich bin bereit zu daten Äh Palmen Black Wir gehen zu den Palmen, Junge Zu den Palmenwedel Okay, komm her Oh, blau Okay, okay Der erste Ghost Ui Oh, wow Sup Riley Oh, Riley You're pretty hot for a ghost Okay You're not so bad yourself Right What? Is it the cool Is it the age we died? Boah, er ist irgendwie Oder siehst du irgendwie gefüllt gestorben Mit einem Brugby im Kopf How did you die? Oh wow, so Long story Oh, White Receiver in High School Ja, ich sehe es, Digga Einfach auf dem Kopf Intercranial Hämatoma And we get to meet It's not all bad Haha Riley I wish ghosts Ja, bla bla Ja, du laberst mir ein bisschen zu viel Oh Aha That's deep, Riley Spots Macht Spaß Ja What the fuck Okay Geh mal hier Ich möchte es hier wieder neu Okay, grauer Hintergrund Och, du Scheiße Oh, nein Der ist bestimmt An Der ist bestimmt Am Smoken gestorben They let you smoke in here? I didn't ask Okay Won't make Much difference now Vera Sorry, Vera Okay Okay Scheiße, Digga Execute Nee, ich möchte nichts Nein, ich möchte Ich möchte weg von der Lass mich hier weg Hilfe Was, was Die hört dich auf I don't miss breathing Nee, 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 nee Das Vega ist nicht so meins Next Ja, ciao Vega Okay Orange Ist das orange? Kann man das sagen? What the fuck? Woah What's wrong? Do I have a booger or something? Dang, it's death You could say that Juggi, sie ist einfach Einziger Popel You look like one big booger That is super mean Sorry, I'm nervous Nein, ey, ich mein's voll ernst I'm nervous too You have an eternity to learn You're already dead Haha, true Ja, bla 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 Wait Are you threatening me? Was? Was? Nein You're a ghost Hä? No, wait The bell can't be ringing yet I don't understand Sie weiß gar nicht, dass sie tot ist Did I die? Am I a ghost? Wie ist sie überhaupt gestorben, dass sie so aussieht? Oh, blau Wir sind wieder zurück, oder? Second round begins Wir sind zurück bei, äh Riley Riley, hi, was geht? Ähm Äh, 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 äh What do you have planned? Best times Okay, okay Oh, ich mag Riley Den Haie Jetzt sieht's aus wie ein Haie Ja, okay Oh So, like I was thinking It might be fun to see a game together Ja, let's go Ja, ja, ja Lass rein da Ja 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 Ghost car Convertible Of course I can't wait Meine ich natürlich Ja Oh, nee Jetzt kommt wieder ein anderer Atze Guck nicht so Mann Es interessiert mich nicht, was er da redet Wer auch immer Vega Ja, weg jetzt Auf hier, auf hier Das muss ich noch mit dem letzten Laber Mit dem Probel Der keen Also Er sieht auch so verstört aus Du, 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 du Wie er mal guckt hier Die Augen Ja, weg jetzt Gerst du Belle Yeah, bla, bla Ja, nee Nein, nein Nein Ich möchte Ich möchte McInsp Yun Ja Tschüss Ja, natürlich Nämlich Riley Meiner Okay Kay Height Field Heizfields Heizfields Football Ohlala Nee Ich riech gar nichts Der Mund Victory Weedkiller Die Phantome Das ist selber ein Phantom Phantom müssen gewinnen Kommt schon Phantome Cool, lass mich das jetzt sehen Welcome to the second game In our exciting late season double header Junge, wieso Ich möchte es sehen und nicht lesen Here we go Oh, die Phantome, 6 Punkte Touchdown Spectacular Catch Bastard Play, Junge Touchdown Das ist der größte Film Was mache ich hier? 40, 40 Touchdown Ach, warte mal Die Gegner Scheiße Oh nein Oh nein Nein Unentschieden Ein paar Minuten nur noch I gotta do something Okay Ja, leider Let's go Ich spiel für die Demons Und für die Phantoms Ich kann es eh nicht das Game We're out of time Glückwunsch, Phantome Glückwunsch Ey That was Geil, Junge Nice Riley Not making eye contact Warum? Was? Can I kiss you, Riley? Can I kiss you, Riley? Absolutely Absolutely He purses his lips And leans in to kiss you He? He, Riley? You lean in two And go right through each other Oh Im first time trying to kiss as a ghost Cause I need some practice As I said Wanna try again Was zur Hölle Heeeeee Floor is jelly Reiner Bin ich das? Hallo? Ah, hallo Ich kann mich bewegen anscheinbar Oder? Ich hab irgendwie das Gefühl, hier ist was gewaltig falsch Komm, sag mir einfach so einen Punkt ein Vielleicht ist das das, was ich tun muss Oh Junge, beweg dich doch ein bisschen schneller vielleicht, du scheiß Ding Muss ich einzeln drücken? Hallo? Bro, ich möchte nach oben links Bro Ja, ja, beweg dich, beweg dich Ja, komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, komm Ein Stück noch Komm schon Komm schon Ja Gott, ey Bless Okay, jetzt nach unten links, komm Komm, nach unten Nach unten, hab ich gesagt Hallo Ich drück S Ach, bitte Du, beweg dich Komm schon Beweg dich Ja, ein bisschen Stuckmanndruck Komm schon links, Bro Ich raste aus Gehst du jetzt nach links Gehst du jetzt nach links? Ich kann nicht mehr Wen willst du eigentlich verarschen? Kann Darf ich überhaupt entscheiden, wohin es mit mir geht? Ich darf nichts machen Ich hab keinen Bock mehr Ich hab keinen Bock Das ist das für ein scheiß Game Okay Geht's weiter mit Troll Troll will save a copy of your journal Two documents Troll Oh mein Gott Je nachdem, wo ich meine Maus hab, hab ich anderen Sound Hä? Äh Wo sind Einstellungen? Ich hör nichts Lalalalalala Es ist alles viel zu laut Digga Hilfe, hä? Ich hör nichts hören Ich brauche Hilfe Ich hör nichts Es ist Ich krieg den Hörsturz Der Sound geht nicht leiser Okay Ähm Dann Kommen wir zum vorletzten Game Gut Wail Ach Gott Hoffentlich kann ich das leiser machen Achso, ich kann's nur an oder aus machen Achso, ich kann's nur an oder aus machen Achso, ich kann's nur an oder aus machen Was? 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 Hm? Hm? Hehe Gib mir den Die Cap Hm? Naaah Ach, egal Egal Ich Nichts Ich Okay, einmal noch Okay, einmal noch Einmal noch Okay, okay Jetzt hab ich's W- Bitte was? Ah Müsst ihr's 50 mal machen oder was? Was zur Hölle? Okay The Gamble Äh Free 50% Point Increase Bullet Power Was? Eine, oh, ja, warte mal Leben Leben Ich hab' doch zwei Leben! Okay Das ist ein Scheißspiel! Okay Ähm Das ist ein Scheißspiel! Ähm Das ist ein Scheißspiel! Sind wir beim letzten Game? Okay Guck Guck Surf Delicious 2 Was ein geiles Lied Alter Ich bin überfordert Wo ändere ich den Sound? Wer auch immer sich das schon wieder ausgedacht hat, wie man hier Sounds einstellt Was ist das? Was ist das? Was soll die Resolution, Junge? Okay Weiter geht's Kampagne Willkommen Oh, was nehmen wir? Wir können nur Max Wiener nehmen Ich möchte aber Ich möchte aber vielleicht Äh Die Foot Checkers What the fuck, Junge? Okay Standard Shift Max Wiener Medals complete today Weniger als 8 Bad Orders Ja Feiner Ich hab zwar keine Ahnung Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert Okay, Corn Dog und Pretzels Pretzels haben wir Oh Was willst du? Was mach ich hier? Oh Zack Okay, er will ein Hot Dog Das ist doch blöd Hot Dog Wiener Äh, okay Der Nächste Oh mein Gott, ich bin so überfordert Enter Guck doch jetzt Der Nächste Brezel German Und Guck Auch ne Classic Boom Äh Toilette? Äh Äh Nein Ah Ich verstehe, okay Ja komm Muss ja auch erstmal reinkommen Was ist denn das? Das hab ich noch nie beim Leben gesehen Wie komm ich hier raus? Ey Ich Äh Äh Was passiert hier? Äh 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 Was? Das hier Ne, das war falsch Ach man Gib sie ihm No, der war sauer Äh Premium Äh Relish Mustard Hey, wie sauer Es hat voll gepasst Cream Calabennus Das ist doch Das ist doch Das ist doch Ich verstehe gar nichts mehr Ein Drink will der eine hier Was ist das überhaupt? Äh Fickte ich jetzt ja eher so Ey, das ist doch Ketchup Haben sie die denn sauer? Ich verstehe es nicht Was ist das überhaupt? Ich weiß es nicht Ich mach es einfach irgendwie Was ne Scheiße Okay Der will doch eindeutig So wie es aussieht Ne Premium Da drauf Wildermann Relish Und Mustard Also das sieht doch 1 zu 1 aus Darum bist du wütend Okay Okay Ketchup Bam Ketchup Bam Äh Zack 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 Warum? Arschloch Zack Mann Ey Was ist das? Was steht da überhaupt in der Mitte? Ja Premium Sieht doch eindeutig so aus Relish Mustard Also das ich verstehe nicht was Aber ist das falsch? So Premium Vielleicht sollte ich mal ne normale machen Regular Und dann einfach Relish und Mustard Fick dich Day Complete Das hört sich irgendwie nicht gut an die Musik Heißt Combo 6 Bad Orders 13 Perfect 19 Average 12 Wie scheiße Wie scheiße Mann ich hab jedes Corn Dog Jeden Hot Dog Falsch gemacht Digga das war ganz viel zu überfordernd What the fuck Lass mich hier raus Back to Main Menu Habe ich jetzt irgendwas Neues freigeschalten? Nein Die haben wir doch Max Wiener Falls euch dieses Format gefällt Falls ich sowas öfter machen soll Weil ich werde da bestimmt noch ganz viele Spiele finden Dann schreibt es gerne in den Kommentaren Oder lasst ein Like da Falls ihr der Meinung seid Ich soll einem der anderen Spiele nochmal mehr Zeit geben Dann schreibt es auch gerne in den Kommentaren Oder ich weiß es auch nicht Keine Ahnung Weiß ich nicht Ciao Ja Reilly Wir haben Reilly in unserer Kollektion jetzt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal